Was tun, wenn sie schnell eine Frage rund ums Energiesparen haben? Wissen wollen, welche ökologischen Baustoffe sie verwenden sollen oder wie sie klimafreundlich Richtung Zukunft marschieren sollen? Um Fragen zu beantworten, die keine Vor-Ort-Beratung der Salzburg benötigen, gibt es jetzt als zusätzlichen Service den Lea Live-Chat, aber auch Alexa gibt ab jetzt nützliche Tipps aus der Welt der Energieberatung. Letztes Jahr im Rahmen des Innovationsprogrammes haben wir uns mit dem Thema befasst, welche digitalen Kundenservices können wir in der Salzburger GPT. Als eine erste Möglichkeit haben wir die Lea entwickelt. Die Lea ist ein Chatbot auf der Website und ist seit April live. Als weitere Entwicklung im Rahmen der digitalen Kundenkommunikation haben wir jetzt einen Live-Chat mit der Energieberatung gestartet und einen Alexa-Skill entwickelt. Wie der Live-Chat funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich an. Wie kann ich eigentlich beim Kühlschrank Strom sparen? Das fragen wir jetzt mal unsere Energieberater im Live-Chat. Sobald wir eine Anfrage über Lea Live-Chat erhalten, beantworten wir diese umgehend. Wir können vieles beantworten auf diesem Wege. Mantris allerdings ist zu umfangreich oder zu detailliert. Hier bieten wir unseren Kunden an, einen Vortermin mit einem Energieberater zu vereinbaren und dann werden wirklich alle Fragen beantwortet. Variante 2, der Alexa-Skill der Energieberatung. Was ist ein Alexa-Skill? Das ist eine Zusatzfunktion für die Alexa zu Hause, ähnlich wie eine App fürs Handy. Heruntergeladen wird sie einfach in der Alexa-App unter Skills. Und jetzt probieren wir gleich mal, wie es funktioniert. Alexa, starte Lea Energieberatung. Alexa kann vieles in der Energieberatung. Sie kann wirklich häufig vorkommende Fragestellungen abschließend beantworten. Alexa kann allerdings auch Energiespartipps geben, mit denen man viel Energie und natürlich auch viel Geld sparen kann. Außerdem bietet Alexa einen Tipp des Monats, also es zahlt sich aus, immer wieder mal reinzuhören, was Alexa zu sagen hat. Wenn es Alexa mal nicht weiß, dann gibt es immer noch die Energieberater und Energieberaterinnen der Salzburger AG in Fleisch und Blut. Die vereinbaren einen Termin vor Ort und hier werden die doch verbleibenden Fragen gerne beantwortet. Egal also, ob Alexa, Lea oder das Team rund um Hermann Christner, von allem bekommen echte Worldchanger nützliche Tipps fürs Energiesparen. Alle Infos zur Energieberatung gibt es natürlich auch im Internet. Dort finden Sie übrigens auch alle Kontaktinformationen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.